Dein Ernst? So. Wie greif ich denn echt koordiniert an? Bess... früher... besser wie früher. Ich hab das doch... hängeschalten. Ja, hier sind schon Zeit 3. Scheiße. Gut... Oh, was wirst du hier? ...schau mal. Wann ich mich... Ich hab das doch nicht gesehen? Puh, okay... Der kommt jetzt und greift meine Mauer an. Echt? Ja. Dann bau noch ne zweite Reihe. Dann schick deine Einheiten hoch. Ja, mach ich. Dann schick ich dir die Dinger mit Schicken, die auchst wäre kränzend. Mauer. Mal. Du musst reparieren. Jetzt aber an Wiederum! come on. Baut dir erst die in der Mitte! Dommy, baut dir erst die in der Mitte. Oh, wieso geht der da rüber, was soll denn das? Och ne! Echt jetzt. Jetzt schon Priester. Kommen wir schon verloren. Wie kommt der da rein? Keine Ahnung Ihr kommt mit. Ihr baut das jetzt. Nicht mit mich! Hm, jetzt muss ich da hin. Scheiße! Irgendwie haben wir keine Chance haben, so das Gefühl. Geht's bei dir? Ach ja, aber er nervt halt wirklich gewaltig. Wer denn? Der... Der Gegner. Der Außen oder Innen? Innen. Der, aber der fängt jetzt auch an. Hombus. 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 Hast du gedacht, was? Geht's bei dir? Ja. Alles gut. Hat er keine Katapulte oder so. Jetzt lass meine Siedler in Ruhe, Mann! Ach, der da oben alle... Der nervt. Scheiß Priester. Das find ich nicht nett, dass der hier sich heimlich den Durchgang erlaubt. pouvoirer baut. Ach! Scheiße, der ist gestorben. Draufgegangen ist er! Verreckt ist er! Ich kann ihn jetzt mal ein bisschen abfacken. Schauen, wie lange es funktioniert. Ahhhh! Jetzt geht er auf meinen... Nein! Oh, echt jetzt. Durchgebrochen? Nein. Nicht richtig. Ja, dann ist ja noch alles gut, oder? Da war vorhin ein Baum im Weg, ja? Und deswegen konnte er das Mauerstück nicht bauen. Jetzt baue ich einen Turm an die Stelle. Plupp, ist der Baum weg, latsche durch. Da finde ich so... Fick dich! Auch nur blöd, weil die halt schon frisch gebauten Sachen durchgehen können, gell? Mhm. Haha, jetzt verliert er einen Haufen Siedler. Bei dir geht's? Ja. Machst du den in der Mitte weg, oder? Ja, ich bin dabei. Ich habe einen Haufen Siedler verloren. Du? Ja. Brauchst du vielleicht Holz? Nee, ich habe siebenhundert. Tausend. Gib halt an. So ein Wichser baut der da heimlich hinten. So, jetzt habe ich es zurückgeschlagen, hey. Puh. Hey, hey, hey. Hattest du mit den Siedeln, mit den Dorfwunden? Dann nervt mich schon. Äh, mit T-T. Priestern? Ja. Ultra. Ja. Aber hey, ich bin auch bald. So weit. Ich bin schon dabei. Jetsa! Rad entwickeln! Uh, ist da reparieren. Dämpel bauen. Dämpel? Ach, nö. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich schlau... Oh, oh, ich seh. Ich hab noch gar kein Gold. Ach du Scheiße. Hast du gesehen? Der greift meine Mauer da an. Gut, dass der die Mauer weg macht und nichts weiter. Ne, 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 so nicht, mein Freund. So nicht! Oh, oh, oh. Wo ist der jetzt hin? Der greift die Mauer nicht an. Du bist so ein Wichser. Ah, der geht runter. Wo kommt ein Dschuh wieder her? Der ist da durchgebrochen bei meiner Mauer. Ich hab's überhaupt nicht bemerkt. Nicht gut. Ich schick Kavallerie hin. Ich mag Kavallerie. Ja, ich hab nur keine. Das kann mich weiter machen. Jetzt kommt ein Steinschleuder raus. Wo? Äh, da wo du grad angekommen bist. Wo bin ich denn angekommen? Ja. Da ist Kavallerie echt super dagegen. Das ist ja nichts. Das ist scheiße, weißt du. Das ist ja nichts. Also, dass ich da keine... Ich krieg halt nix dazu. Also, äh, kein Hinweis, wo angegriffen wird, wenn da da ist. Du hast hier noch einen, ähm, Slinger zwischen meinen Türmen vorne. Was hab ich? Slinger noch. Ah, ich seh's. Puh, jetzt hätte ich das Ganze mal ein bisschen stabilisiert. Etwas. Oh, der hat, ähm, der hat da was stehen, gell? Außerhalb. Ja, ich weiß, die zwei Kavalerien da, gell? Hör die Maikle weg. Oh, ich hab's da reingeschaltet. Machst du das nicht? Ach, dass der die Farmen wiederherstellt. Ja, das musst du dann Ding machen. Ja, hab's gut. Das ist ja auch grün, aber er hat's nicht gemacht. Hm. Vielleicht hatte ich nicht genug Holz, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, mach's grad platt. Obacht, der hat da irgendwann ein Katapult, gell? Kette. Was ist hier geht dann schon? Geschreddert. Katapult? Nein. Also. Kannst du dir mal zumachen, oder? Könnte ich, ja. So, ich. Sicherheitshalber. Ja, ja, würde ich schon machen. Bei dir schaut's gut aus, jetzt, oder? Ja. Ja, doch gut aus. Dann ist alles gut. So, weißt du, wie's dem da drin geht? Oh, der hat auch unten durchgehackt. Der hat sich unten freigehackt. Das hab ich gemerkt, ja. Das ist ein Wichser. Dann werde ich da auch mal dran angucken. Ich weiß Gott, ah, ich brauch'm Ding mal mehr Holz. Die Ruhe gefällt mir nicht. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, Junge. Gut, dass wir besser vorbereitet sind diesmal. Mhm. Achso, wenn ich kein Holz mehr hab. Ach, du scheiße. Naja. Tja, jetzt kriegen wir da einen. Dann gehen wir da hin. Da hin, du da hin. Ihr zwei, ist es echt ruhig gerade. Perfekt. Zu ruhig. Das wird einem nicht gefallen. Wenigstens habe ich hier einigermaßen, oder sogar Hansky aufmaßen, einhalten. So, jetzt kann ich mal seine scheiß Türme kaputt machen. So, wir sind in der Tatort auf dem Schrauben kaputt machen, was wir rühren. So, am cool? So, an der Tatort auf einen Blut. So, am liebsten. So, wir sind in der Tatort auf den Tatort auf della Tatort. So, wie sie sich auf die Tatort auf den Tatort auf den Tatort auf ! So, wie die Tatort auf den Tatort ist, dasst wundern. So, was die Tatort aus? Komm! Nein, 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 nein! Du Dreck, du hast genau darauf gezielt, gell? Dass ich mir eine eigenen Einheit kaputt schieß jetzt. Was schön ist, ich muss immer meine Mauer aufmachen, weil ich da durchkomme. Pfff, hä, was? Ja, weil ich da jetzt hier- weil die hier aufgemacht haben und ich nicht mal... Äh... meine Mauer aufmachen, weißt? Mh, nee, das versteh ich irgendwie nicht. Aber klar. Ey, ja, ey, ja. Dann werd ich mal hier ein bissl... Pass du bloß auf, dass du nicht zu viel kaputt aufmachst, gell? Dass ich was? Äh, zu viel... Äh, zu viel vom Wald... vom... Ja, 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 da pass ich schon auf. Deswegen hab ich sie extra schon hochgeschickt. Aber da ist ja zum Glück echt viel.